Hau? Hau. Hau, hau. Falls ihr euch wundert, warum Miri immer Hau, hau macht, damit sie ihr Video auf mein Video synchronisieren kann. Und daraufhin hat sie gleichzeitig noch eine Bewegung, eine Animation, deswegen haut sie immer irgendwas. Hau, hau. Ich hau immer irgendwas. Am liebsten bei Louis. Zähleit, nein, er hat einen Clip gemacht von meinem Erschrecken und hat ein Euro gespendet. Danke für den Euro, den Clip will ich nicht sehen. Doch, will ich doch. Warte, ich gucke mir den jetzt mal an. Gucken wir uns den jetzt an. Ich will mal eben schnell reingucken, wie es aussah. Bestimmt zu Tode, erschreckt. Okay. Okay, reden wir nicht drüber. Sagt gut aus. Ja. Wer ist Miri? Miri ist meine Katze. Habt ihr das denn immer noch nicht kapiert? Mau. 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 Hallo. Ich bin sein Katze. Ich bin eins Miri. Okay, jetzt sind unsere Festplatten wieder voll. Du und dein Kackfestland. Was für Festplatten? Hab ich was verpasst? Ja, wir haben ein Me. Wir haben ein Me. Guck hier, ein Me. Ich bin aber Mie. Warum sind da auch die ganzen Dössnotes drin? Junge. Oh, ich weiß gar nicht, warum das M-E. Und die ganzen Chiseled-Blocks. Verbrennen sie doch. Am besten mit dir. Kann doch so dumm sein. Blauli. Ja? Ich hab auch Gefühle. Mir egal. Ich wollte einen Oscar dafür. Geh weg. Verbrenn jetzt erstmal den ganzen Scheiß. Nein, ich bleib jetzt hier. Ja, dann verbrenn halt mit dem. Dann tust du dir eine Truhe. Dann tust du dir eine Truhe. Wir können alles brauchen. Death Notes, kannst du für gar nichts brauchen, außer dir eine Nase binden. Vielleicht kannst du sie verbrennen. Und diese Chiseled-Blocks kannst du auch nicht gebrauchen. Death Notes, ehrlich. Doch, die sind toll. Ja, damit wir wissen, ob wir schon gestorben sind. Toll. Ja. Und diese scheiß Schiseled-Blocks, die die ganzen Server zum Längen bringen. Geil. Sowas braucht die Welt. Nicht? Sowas braucht der Server. Ja, ganz, ganz. Kaum kommt Miri dazu, hab ich 50 mehr Zuschauer. Wollt ihr mich verarschen? Hallo. Ich hasse euch alle so sehr. Ich find das übrigens übel krass, wie wir uns hier gerade halten von den Zuschauern her. Wie? Dass die noch nicht weggelaufen sind? Ja, das ist vorhin bei mir, wie gesagt, es ging gut los. Aber es sind dann natürlich nach einer Zeit ein paar Leute gegangen. Ich beschwere mich aber auch nicht über 800 oder 900 Zuschauer. Aber wir sind konstant im vierstelligen Bereich bei mir. Hier, The Frag. Das ist richtig nice. The Frag hat ein Schild. Eins Schild an der Erdbahn. Gibt's keine Advanced Press? Hashtag Frauenbauer. Was willst du mit dem Schild? Für deinen 1 Euro gibt's kein Schild. Ich hab 1 Euro und du hast ihn mir noch nicht zurückgegeben. Crash doch das Mod-Pack im Headzone-Modus. Das machen wir dann, wenn bei Louis irgendwann mal sagt, dass wir unproduktiv sind. Und wieder setzen wir uns hin und machen das mal kaputt. Jetzt überlege ich mal, Leute. Alle die, die das gucken, wie lange gehe ich Katze schon damit auf den Sack, dass er endlich dieses beknackte ME-System bauen soll? 32 Folgen. Und nach wie? Ja. Nach wie vielen Folgen hat er es endlich hingekriegt? 32 Folgen und ein Livestream. Dafür musste halt der Livestream kommen, damit Katze endlich seinen Arsch bewegt und uns ein ME-System macht. Oh, das ist ein guter Einwand. Turbo Boy, ist bei Louis nicht klar, dass es aus Deutschland nicht gerade von Papier, Death Note und Buchverbrennung erzählen sollte? Hallo, nett sein. Ja, Miau ist auch ein Sub-Emoji, das ist richtig. Mein Miau ist auch ein Sub-Emoji. Ein Sabbel-Mioji? Ein Sabbel-Mioji. Oh, ich könnte eigentlich mal zu Louis in den Chat gehen und einfach mal Miau da reinschreiben. Oh, wow. Das ist jetzt auch total unerwartet. Ja, ich bin so ein Rebell. Oh, da sehe ich aber gerade noch was, was ich mache. Oh, was ist denn los mit The Freak, Alter? So fragt, du hast voll knallig gehört. Dankeschön für deinen 1 Euro, Miris Euro. Danke doch nicht für deinen 1 Euro, ganze Wiederhaben. Das ist Miris Euro. 1 Euro. Ja, alle ein. Alter, Items von... Wusstet ihr schon, Items von Segment hat geresubbt zum fünften Mal. Dankeschön für deinen Resub und willkommen bei den unfähigen Baluinenden. Du Penner. Du Penner. Mit Zuschauern kann Baluin. Oh, wir sind schon bei 38 von möglichen 50 Subs für ein neues Ding. Geil. Für neues was? Für neues Button, nee, Emoji-Ding, die wir nicht haben. Ach so, du meinst, den du lustig hast. Aber in der Theorie könnten wir einen mehr haben. Haben wir gerade mein Ziel erreicht? Wir haben gerade mein Ziel erreicht, Leute. Was für ein Ziel? Ja, nice. Kasse, du verbrennst, gehst du bitte. Brenn, 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 brenn. Ich will nicht brennen, da kannst du sein. Was hat er denn jetzt für ein Ziel erreicht? Erzähl doch mal. So, erst einmal, Sokakokus. Herzlich willkommen bei dem VIP-Karten von Miriam. Das ist Anja, setz dich zu uns. Schön, dass du dabei bist. Sokakokus ist meine Zuschauerin. Erstens ist das Zuschauer. Das ist mein Zuschauer, ja. Und zweitens bin ich mir da gar nicht so sicher. Ja, aber... Obwohl, Sura ist sowieso als die Wanderhure im Chit-Chat bekannt. Dementsprechend, das passt. Und auch C-Leicht, herzlich willkommen bei den VIP-Karten von Miriam Lassagne und setz dich zu uns. Schön, dass du dabei bist. Und danke schön für deine Unterstützung auf Twitch. C-Leicht ist mein Spender. Das kannst du mir... Mein Top-Donator-Spot auf dem zweiten Platz dachten. Nein, das ist meiner. Du hast dich mir gegraut. Ja, ich hab dir den gestohlen, Blaudi. Ich allein. Warum hast du mir jetzt eigentlich so viel Zeug zugeworfen? Was soll denn das hier? Hab ich nicht. Oh, wow. Lola Müller... Warte, okay. Du bist bestimmt fertig mit deiner Laberei. Das ist nett von mir. Wenn du das sagst, dann... Nein, nein, erzähl euch. Was ist denn dein Sub-Goal? Mein Sub-Goal? Also, wir haben jetzt ein 12-Stunden-Stream freigeschalten. Ach so, das Sub-Goal. Oh, cool. Ja. Yay. Hey, da spielen wir Streaming-Katzen, äh, Stranded, äh... Haben wir... Heißt das, wir haben... Nein. Haben wir jetzt wirklich gerade eben innerhalb von einem Stream 28 Subs gemacht? Du hast bitte was gemacht! Geh dich verbuddeln! Das könnte sein. Wer hat meine Kaktus-Farm abgerissen? Oh, er hat nur das Bier. Ey, die war heute Morgen schon weg. Ich hab mich gewundert. Ich dachte, du hast die abgerissen. Was? Die war weg? Nein. Doch. Die war nicht weg. Die Kakteen waren auf einmal weg. Und warum steht hier ein anderer Baum? Und warum ist hier jemand gestorben? Lola Müller... Ja, den Kakteen... Oh, sehr witzig. Lola Müller hat 5 Euro dagelassen und geschrieben, du bist cool. Ich weiß, wer Lola Müller ist. Ich weiß genau, wer Lola Müller ist, aber ich kann das jetzt nicht öffentlich im Chat sagen. Katze, ich schreibe dir das jetzt, ja? Wer das ist, nur so, weil das kann ich nicht laut vorlesen und du weißt vielleicht, warum. Und, äh, pass auf, äh... Oh, da sind noch mehr Deathmodes. Nee, nee, dass du dir jetzt, also... Hier, bitteschön. Das ist so peinlich. Geh, geh, geh sonst wohin, Lola Müller. Hallo, Frau Müller. Hallo, Frau Müller. Ja, nah dran. Nice. Ich find das cool. Wusstest du, dass eine meiner Halbschwestern und meine Mutter regelmäßig meine Streams gucken? Wer? Ja. Ja, wusstest du, dass meine Mutter regelmäßig meine Streams und Videos guckt? Also, meine Videos guckt sie nicht so häufig, aber auch manchmal. Und, äh, meine, eine meiner, also, Halbschwestern, so im Sinne von, die neue Lebensgefährtin meines Vaters, ist die Mutter von ihr. Okay. Also, wir sind, also, wir sind, wir sind so verwandt und, äh, die war auch, glaube ich, bei dir schon im Chat. Kann sein. Ähm, XG-Girl hat geschrieben, dankeschön und willkommen bei den unfähigen Ballonenten. Du bist neu dabei, willkommen. Meine Mutter guckt nicht meine Streams. Oh, nein, Leute, es ist, äh, es ist, ähm, ich kann euch das nicht, nein, es ist keine Mitarbeiterin, das ist falsch geraten. Ähm, Katze, diese Broken Spawner, brauchen wir die noch oder kann ich die auch alle verwursten? Ist das gefährlich? Äh, die brauchen wir, brauchen wir, definitiv. Darf ich das anfassen? Nein, da kannst du drin baden. Also, die Broken Spawner wirklich nicht, wir kauen den Ball, aber die brauchen wir noch. Warum ist da jetzt das ganze Powered Powder, du hast einfach alles rausgeholt, reingeholt, ne? Das kommt mir sehr gefährlich vor. Ja. Das ist dann nur, um Zeug zu verbrennen. Aber was ist, wenn ich da reinlaufe? Wir müssen halt Platz machen. Wir machen nicht genug Energie, wir müssen gerade mal oben aufhören zu sieben. Was? In unserem automatischen Sieb. Weil wir brauchen gerade die Energie fürs ME-System, um das dann laufen zu halten. Was hast du jetzt gemacht? Luna, warum wirst du denn Sachen von meinem Schreibtisch? So passen sie aber noch alle. Mit Katzen Zeug runterschmeißen. Äh, das liegt ja nicht gut, das liegt besser auf dem Boden. Ja. Wer kennt das nicht? Die meint das nicht so. Doch. Ich hab sie vorhin nicht gestreichelt, das ist die Rache. Ja, ich denke auch. Ja. So, was brauch ich denn? Ich wollte das ganze Kopper und so rausnehmen, damit wir nämlich noch ein bisschen Platz für gute Sachen in meinem E haben. Wir haben wieder ein bisschen mehr Disketten. Da kümmere ich mich ja gerade. Ach so, ja, ich mach trotzdem gerade mal Erze hier oben in diese Kiste, weil da werden wir ja noch ein bisschen so durch sieben gehen, denke ich mal. Okay, das Ding ist gerade ziemlich schade, so wie es ist. Ich glaube, ich wollte kein Bucket weg. Aber wir haben, ey Leute, das ist, das ist der Größte. Warum geht denn meine U-Taste nicht mehr? Warum geht U nicht ohne Scheiß? U, U, ne Scheiß. U, ne Scheiß. Hä, was soll denn das? Guck dir hier. Ich drück U und es... Okay. What the fuck? Das ist in unserer Zelle gerade wieder. Das ist gut. Okay, U ist im Arsch. Ich brauche eine neue Tastatur. Bei mir hat sich heute die F-Taste aufgehängt, sodass ich neu starten musste. Ja, heute ist Tag der hängenden Tasten. Geil. So, jetzt habe ich das dritte Chatfenster offen. Was willst du mit so vielen Chats? Nein, das hat gerade sehr leicht geschrieben bei mir. Ach so. Für wen noch? Na, ich glaube, YouTube-Chatfenster von mir, Twitch-Chatfenster von dir und Twitch-Chatfenster von mir. Miri? Miri. Von mir, mir, ja. Miri. Miri, mir. Miri, mir, miri. Mir, 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 mir. Das nehme ich ab sofort als Intro. Riecht? Mir, 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 mir. Herzlich willkommen. Ich bin mir, 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 mir. Warst du dann auch an der Akademie? Mir, 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 mir. Oh, Alter. Alter. Ich will nicht mit euch Bielen zusammen. Ich habe überhaupt... Aber ich brenne. Ich habe überhaupt keinen... Weißt du, das war... Also mit Katze alleine, da hatte ich noch eine Chance. Katze alleine kann ich verbal... Ich hab mich gerade geschlagen, du brennst nicht. Krieg ich einen Eimer? Mit Katze alleine bin ich gut klargekommen. Die konnte ich super fertig machen. Super biefen. Jetzt kommt Miri dazu. Jetzt sind zwei gegen mich und ich hab einfach verloren. Einfach GG. Hast du einen Eimer für mich? Ja, geh dich verbuddeln. Einfach mal gucken hier. Müsste drin sein im System. Hier, du kannst auch meinen Arme haben. Bitteschön. Hier, und da oben, weißt du, wie man mit dem ME arbeitet? Ich nehme jetzt einfach alles raus, was ich möchte. Und dann lege ich ganz viel Sand rein. Okay. Snud, bitte. Sand ist ja sinnvoll. Snud nicht so. Ich sterbe ganz oft und lege die Death Notes rein. Ja, genau so macht man das. Du hast schon aufgepasst. Du hast das System schon kapiert, wie Katze das macht. Ich hab verstanden. Ja, Glückwunsch. La, 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 la. Wieso haben wir denn so viele Ärzte? Wieso haben wir immer gedacht, wir hätten keine Ärzte? Wo waren die denn bitteschön alle? Die waren alle im Urlaub in der Zeit. Ich glaub auch. Das ist nicht gar nicht sehr leicht, sondern sehr scheicht. Okay. Das war so schlecht. Geh dich verbunden. Ist eigentlich schon eine neue Jahreszeit. Kann ich endlich wieder meine anderen Sachen anfangen? Katze, kann man die Jahreszeit irgendwo ablesen? Das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Ja, toll. Wäre immer interessant, das zu wissen, oder? Ja. Wäre nett, wenn du das Miri sagen könntest. Der Mimimi Miri. Der Mimimi Miri. Mimimi Miri. Mimimi Miri. Na, 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 Miri. Na, 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 Miri. Na, na, na. Die Leute im Chat, die denken auch alle, die haben sie nicht mehr alle. Heute ist es warm. Komisch, bei mir wissen die das schon. Heute ist es warm. Da darf man komisch sein. Miri, hier sind wir übrigens auch ganz viel Bone Meal. So im Dings, wenn du brauchst, so. Ja, ich nehme gern Bone Meal. Bone Meal. Ich habe Kürbissuppe gemacht, weil ja bald Herbst ist. Ja, das ist super. Bester Grund. Die Rechtfertigung dafür sehr gut. Wo ist Bone Meal? Im M.E. Bei M.E. Balloon, Wooden Battle, Metal Construction. Da hast du ja jetzt schon wieder Ritte-Film gemacht. Das ist kein Bone Meal. Gib doch mal oben Bone ein. Ja, da gibt es nur Knochen, aber kein Bone Meal. Bone. Und dann ist das... Okay, ich habe es gefunden. Oh, wow. The Freak hat gereaset ab fünfmal für 25 Euro. Dankeschön, Freak, für deine sechs Monate in a row. Jetzt kannst du jeden Monat immer schön sheeren. Äh, nee, wie heißt das hier? Jubeln. Scheren. Scheren heißt das. Scheren. Scheren, scheren, scheren. Dankeschön, Dankeschön für deinen 25-fach Sub. Du bist der Erste, der so einen krassen Sub raushaut. Und wir sind jetzt bei 44 von 50 Subs, um die nächsten E-Mails weiterzuschalten, die ich wieder nicht habe. Komm doch, ich zu wirf mir ein Ei in die Fresse, geht wieder weg. Das macht Miri immer. Hast du das noch nicht gecheckt? Die ist ein bisschen in der Flemmen im Kopf. Ich bin immer damit beschäftigt, das verdammte M.E. System zu suchen. Miri hat einfach einen Knall. Nein. Nein, nein. Und machst du mir, nein, hab ich gar nicht. Doch, doch. Hi. Ich hab 13 neue Eier. Sorakokos, warum wird denn dein Stinkst die ganze Zeit gelöscht? Was du schreibst, tut mir sehr leid. Warum steht der eigentlich nur um? Ich weiß nicht, warum Katze nichts macht. Der hat eigentlich die Aufgabe, Erde zu machen. Wuhu. Bin gerade ganz kurz am gucken, wie wir denn die Windmill montieren müssen. Katze, lass uns mal lieber überlegen, wie wir jetzt das hier mit der Erde besser machen. Irgendwie gefällt mir das hier nicht so. Please mach ein Sub-Emote. Einen mit zwei Louis unfähig, eins mit Snud. Ja, wir machen ein Snud-Emote. Der ist geil. Das ist eine geile Idee. Und wie stellst du das da? Du machst einfach Sand, einen Block aus Sand aus Minecraft und schreibst darüber Snud. Ist doch okay, oder nicht? Na gut. Ja. Honi. Honi. Wohin geht das? Wieso kriege ich eigentlich andauernd neues Zeug in mein Inventar, was ich überhaupt nie hatte? Wieso? Bei mir will die das da wahrscheinlich reinwirft. Das gibt's dir gar nicht. Tschüss. Walu, wie alt bist du? Das willst du nicht wissen. 20. 33. 80. Hallo, nett sein. Das war gut geschehen. 88. Oh. Ah, Entschuldigung. 88. Wie hat er euch? Beide. Ihr seid beide doof. Wau, das ist nicht nett. Endlich nach vier Monaten endlich ein Emote. HMV nett sein. Du weißt gar nicht, wie schwierig das ist. Ich hab gesehen. Ich hab schon welche gemacht. Man müsste sie nur noch kleiner machen. Ja, genau. Ich hab's dir auch schon wohin gezogen, dass du das machen kannst. Aber Early hat so eine coole Grafikerin. Vielleicht macht die das ja. Daddy Pugh, ja. Die macht das gerne. Wenn nicht, dann hatte ich auch noch jemanden in der Hand. Das macht die wirklich Subs. Also Submemotes oder macht die das für Muni, Muni, Muni? Das weiß ich gar nicht. Aber ich kenne jemanden, der das auf jeden Fall... Also ich weiß, dass... Meins hat Mölpi zum Beispiel gemacht. Mölpi. Miss Mölpi. Miss Mölpi. Ja, die kenn ich auch noch. Oh. Ich weiß gerade gar nicht, was ich machen soll. Ich würde gerne eine Erde farben, damit ich diese scheiße... Ja, dann müssen wir die jetzt gleich bauen. Ja, ich überlege gerade, wie? Machen wir das so mit dem Wattar oder... Wir brauchen Schmett, wir brauchen Kakteen und wir brauchen... Wir können das ja erstmal eher so machen mit Wasser halt. Das ist halt am billigsten. Deal with it. Katze! Warte, lass stehen. Miri, musst du das auch sehen. Was? Ich hab das falsch montiert, hab ich das Gefühl. Bin mir aber nicht sicher. Du kannst es hier ans ME, an die Schmelze ranbauen. Das könnten wir eigentlich tun. Was soll ich sehen? Guck mal, guck mal. Das ist noch nicht hoch genug. Das passt. Das ist hier links höhen Ding. Das passt schon. Aber das ist... Könntest du das bitte höher bauen? Kann ich das drehen? Kann ich das drehen? Außerdem ist es, glaube ich, nicht die richtige Windrichtung, wo du es montiert hast. Kann das sein? Hilfe. Ich glaube, hier geht es nicht um Windrichtung. Weißt du, jetzt bräuchte man so einen Cobblestone-Turm. Ich mach da mal einen neuen. Nein! Ich hab dafür Geld gekriegt, um den alten wegzumachen. Also hör auf. Ja, du hast einfach noch kein Geschäftsinn. Was glaubst du, was beim nächsten Cobblestone-Turm passiert? Oh Mann. Wartet mal. Ich gucke mal gerade ganz schnell. Ich glaube... Wie heißt Kakteen auf Englisch? Kaktusse. 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 Äh, ich brauch deinen Hammer. If I had a hammer. Es dreht sich. Es dreht sich? Es dreht sich. Drogen, Kumpel. Kuchen. Mit deinen 10 Fischis und die benommenen Überweisungskosten. Rosen sind rot. Blauli ist blau. Kaktusse ist der Beste. Das weiß ich genau. Ha! Dankeschön. Das ist ein cooler Reim. In der Tat gefällt er mir. That is nice. Dankeschön dafür. Eins nicer, Dude. Eines nicer Reim von sein, Hein Herr. Ja. Von Herr sein. Was? Die, 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 die. Ah! Ah! Oh! Höher, Höher. So, ich hab mir jetzt was angeguckt. Nämlich, wie man so einen Turm baut. Und den baue ich jetzt für, für, für Snud. Du nimmst Cobblestone und baust dich nach oben. Dann hast du einen Turm. Eins Turm von sein, halt ja. So, wir nehmen diese Steine und wir brauchen Snud. Ich brauche Snud. Haben wir Snud? Hat irgendwer Snud gesehen? Nee. Ich habe 40 Stück im Inventar. Snud 17 haben wir nur im MME. Das ist zu wenig. Kazmiri. Ich hab nur 8 im Inventar. So, ich hoffe mal, das passt jetzt. Dann müsst ihr jetzt da unten eigentlich ein bisschen besser feuern von Energie her. So neun Snud. Es gibt sogar gerade Energie weg wegen dem Smelter. Hier. Dann nehmen wir mal hier den Smelter noch die Möglichkeit, hier Probleme zu machen. Was? Wie? Energie weg. Der macht doch gar nichts. Das ist ein bisschen. Jetzt sind's höher. Wie höher? 39er F-Protek. Oh ja, schön. Boah, ist die hässlich, meine Güte. Die kommen vor allem oben gerade nirgendwo an. Ja, die ganzen Hüder laufen raus. Nein. Oh nein. Was? Miri. Aus Versehen. Voll mit Absicht so. Miri macht sich ihre eigenen Skandale. Da wird mal kurzer Tor nicht zugemacht. Nein. Ich bin rausgegangen. Wo stehst du? Komm da gefälligst runter von dem Zaun. Hast du sie denn noch alle? Ah, Miri. Was? Nee, kann man so unfähig sein? Dass es der Huhn wollte zu den Hasen in den... Wohin geht das Huhn? Zu den Kaninchen ins Gehege. In Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z. Ich kann echt mit den Immensive Engineering Sachen arbeiten. Wöh, wöh. Nee, ich kann gerade nicht. Wöh, wöh, wöh. So, wir machen das jetzt so hier. Dann so, so. Und zwar brauchen wir eine LV-Wire-Connection. Dafür brauchen wir Harden Clay. Und ab dem Moment habe ich keinen Bock mehr. Tschüss. Harden Clay ist kein Problem. Hallo, Huni. Wolltest du zu viel Fischi oder was? Huni wollte baden. Ja. Huni ist verwehrt. Huni. Nein, lauf nicht in den Graben. Der Graben ist der Tod. Huni. Ja, wir haben das super. King of Shadow. Dankeschön für deine fünf Fischis. Einmal fünf Fischis für dich. Du bist die beste Katze. Dankeschön, Mensch. Mensch. Für deine Unterstützung. Für dieses nette Kompliment. Ah. Ich weiß nämlich, es gibt sehr viele Katzen. Balu, wirst du bei Katze zwölf Stunden Stream dabei sein? Aber leider hat Balu ein Gedächtnis wie ein Snud. Hallo. Ich weiß nicht, ob ich bei Katze, je nachdem, was er streamt, wenn er hier das Gute spielt hier, das richtig Gute, dann vielleicht. Guck, da unten ist Huni. Sky Quest, das ist da. Nein, nein, nein. Lauf nicht in die spitzen Stacheln. Warum lässt du die Huni da unten rumtouren? Was soll ich denn tun? Rett es. Es hat mich dumm angeguckt und ist dann einfach geradewegs schnurstracks in diesem blöden Kram gelaufen. Das erinnert mich an sehr viele Szenen, die ich mit Early verbinde. Wahr, kann ich nicht nachvollziehen. Leeroy J. Wupptot. Ich bin Early-Bumm. Nein, es ist gestorben. Nein, ich habe gerade Essen recycelt, statt zu essen. Wie recycelt? Mein schönes Essen. Ich drehe mich um und gehe auf den Scherben. Nein. Ich drehe mich um und recycle das in 360, Alter. Oh. Ah, nein. Richtig, ja. Ich habe mein Essen nicht verdient. Techender, natürlich erinnere ich mich an dich. Was ist eine blöde Frage. Alter, als wenn ich jemanden nur, weil ich ein paar Tage nicht gesehen habe, nicht mehr daran erinnern würde. Wer ist noch mal Katze? Ich bin Miri. Wer ist Miri? Ich habe den Witz ja bei mir vorweggenommen. Nee. Weil ich cool war, weißt du? Nee. Eigentlich irgendwie nicht so. Weißt du, was das Tollste ist? Kann ich den Hebel hier umlegen? Was passiert dann? Das ist zum Deaktivieren und Aktivieren von der Säckmüll, um den Strom zu sparen, theoretisch. Okay. Miri hat gedacht, da passiert irgendwas Cooles. Ich habe lange mit Baluja mit Early-Projekten gespielt. Wenn irgendwo ein Hebel irgendwas kaputt macht, dann ist es kein Hebel, sondern irgendwas Verstecktes. Glaubt mir da. Alles idiotensicher bei mir. Ja, leider traut er uns nichts zu. Das Problem ist, wenn er irgendwo ein Hebel hinsetzt und wir sehen den, dann ist es nicht immer lange deaktiviert, der Hebel. Nein. Wir lieben Hebel. Hebel. Also ich liebe ja Knöpfe. Ja. Knöpfe muss man drücken. Was ist denn das hier für ein Anfall von abstrakter Kunst? Wovon redest du? Von dem Zeug hier. Was denn? Das lass mich mal. Du machst den Fischis Angst. Bratpfanne. Du machst den Fischis Angst. Würde ich nie tun. Ich versuche einen Turm zu bauen, der uns Erde macht. Die Arme. Ich habe das eine Fischi aus Versehen umgebracht. Ja, gut. Hat er wohl verdient. Ich glaube, jetzt hast du noch mehr Angst. Ja, jetzt haben sie Angst. Toll. Weißt du, was hier fehlt? Cobblestone. Ja, dankeschön. Ich versuche das ordentlich mit das Tollem zu machen und du hast. Cobblestone. Ich habe Cobblestone. Ich bin Katze. Das ist nicht mein Problem. hallo würdest du bitte automatische prozessoren schon einrichten so gar nicht so ich würde gerne automatisch auto crafting schon haben geht das wohl bitte so schwierig ist das nicht aber trotzdem brauchen wir noch zwei drei sekunden dafür so bin fertig lasst mich ein ihr rinder ich es gerne was was ich weiß nicht was katze gerade sehen wollte das ist auch nicht was rauskommt es sind so viele hühner ja dann töte sie doch ich kann nicht sonst laufen sie alle weg so der unterste block zählt nicht und dann immer 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 du kannst du bist 14 oder doch dein maul ist aber nicht besonders nett blauli mich verarschen kann nicht rein also bis jetzt hast du sie mal am besten geschafft wenn wir dabei waren wie lange geht das wie man diese frage noch einmal lesen keine ahnung ich finde das immer so geil das fragen die leute bei mir auch immer ich verstehe gar nicht warum ich das ja die leute haben halt angst glaube ich was zu verpassen wenn wir länger ich habe ein kompressed chicken okay was hast du glaube die leute haben angst dass sie was verpassen könnten wenn wir zu lange stream aber keine sorge das video gibt es dann auch morgen auf youtube zu sehen macht euch da keine sorge wie hast du ein kompressed chicken gekriegt ich habe ein eingeworfen guck hier ist das kompressed chicken wenn ich das töte wie viele chicken kommen dann raus neun in der regel das sind gar nicht so viele ein kompressed chicken dieses spiel alter ich weiß nicht aber ich hatte glaube ich noch nie in einem modpack so viele what the fuck ist hier los momente noch nie also und ich habe schon einige modpacks gespielt aber dieses hier da kommst du zu einem moment zum nächsten katze redet gar nicht mehr ja ich rede nicht nicht das sagen weil mir immer so viel labert dann muss sie dann gehen wird oder war ja was wie so vögel auf einem auf 1 schnur beauty panty star dankeschön für deinen ein fisch und die übernommenen überweisungskosten katze wo muss ich herstelle katze machen so dass du ein fanart für dich sie ist einfach auf twitter mich twittern admite katzen man ist unten verlinkt standard beschreibung bei mir einfach twittern katze guckt sich das an leute es ist gerade mal wieder titelzeit also haut mal so ein paar titel in in den chat damit wir mal überlegen können was wir als nächstes wie wir dieses projekt endlich nennen können weil wir sind ja immer noch nicht so ganz sicher ich bin miri also es gab schon viele coole vorschläge habt ja vielleicht in den folgen gesehen aber jetzt habt ihr die einmalige gelegenheit live uns vorschläge zu schreiben team early na leider falsch ganz falsch you failed das nette strange ja das ist schon okay ich habe einen hotdog gemacht das ist dein titel toll ich habe ein hotdog gemacht die hat ein hau also ja pass auf hüpf nicht zu fest auf das glas das geht kaputt spaß im snettkasten das auch schön ich verbrennen gleich verstehe schon wieder nicht was katze macht die ganze zeit ne verbrennlich hat sie doch gehört oder sie habe den hashtag finde ich nicht geil welchen nach zuli nö den finde ich nicht so super den bitte mal unterlassen bitte weil das wirklich nicht nett so der unterste block muss überall weg ihr denkt euch aber man hat das dann erst mal aufgebaut ja weil ich dumm bin ja eigentlich müssen jetzt alle blöcke immer dazwischen weg eigentlich brauchte ich immer nur ein reden wir nicht drüber ist schon okay ich muss ja irgendwie die abstände berechnen ne da habt ihr alle verständnis für ich habe auch gar nicht mit dir geredet ich habe dung im inventar pass bloß auf was du sagst sonst werfe ich das auf so da kommt jetzt der snett drauf und da kommt der kaktus drauf ich habe mich gerade mal kurz aus dem web teleportiert so mit meiner snimshort so rausgefeuert das heißt dazwischen kommt dann jedes mal so ein steinsche so dann können wir jetzt die steine wieder weg machen so vielleicht gehen hier so ein paar verloren aber ist egal jetzt ist es wert hier deine windmühle windet so das bedeutet wo snett snett kommt hier aber die kaktin setze ich erst so zum ende wenn ich runtergehe wieder drauf so und da kommt dann das ich möchte eigentlich nur dieses wire hier dran setzen damit ich hier ein bisschen was machen kann mit dem ding aber es mobbt mich soll ich mit ihm reden soll ich mir sagen er ist ein arsch bei miri geht das immer wenn ich sage sie ist ein arsch hört sie auf damit ja dann haue ich dich immer ja das ist positiv sonst tritt sie nämlich auch ich habe für jeden ein stück schokolade auf die betten gelegt wann kommt empire du weißt dass das auf den auf den betten schmilzt ne ne glaub mir diese schokolade schmilzt nicht vielleicht ist sie von den schweinen oh nein miri sie hat uns schokolade aufs bett gelegt okay so dumm ohne witz kannst du wo bist du eigentlich ich seh ihn ich ne da oben too far away from the previous connection ich fick deine mutter what the fuck na jetzt ist aber langsam gut hier das war jetzt aber nicht okay ja ich hasse diese windmill ich will dass sie stirbt geh weg dann baue sie auf den boden super idee ja falsches gehege du hast immer die besten ideen wenn es darum geht die schlechtesten zu haben das war auch nicht nett hallo nett sein ja ich will keine dunken schokolade balui und die unfegen ah blauli und die unfegen das trifft es auf jeden Fall am besten balui so darf ich jetzt die schokolade da essen ja viel spaß damit hey das ist dumm finde ich nice ich auch ich hab's an den händen jetzt hast du's am rücken nein ich geh mich waschen ab abgebaschen nehmt euch doch ein Zimmer ich hab's in unserem trinkwasser gewaschen im brunnen hallo ich bin's hallo ich bin's ich bin's balui hi blauli der unfähige Snutt und seine zwei Katzen ja ich bin der Snutt nein du wirst die unfähige ja fast hätte ich dir die Schokolade eingesammelt ja Schokolade was man so alles so nennt ne ich muss auch gleich mal eben weg und Schokolade holen ok du kannst du das holen oder machen ja kannst du dir aussuchen vielleicht ne Mischung aus beidem was also ne Mischung aus beidem ist der Inbegriff von ich geh jetzt aufs Klo und greif danach rein ist dir das bewusst ja natürlich wenn ihr die ganze Zeit davon redet und was oh der nervt ja ihr beide selber Handtuch ich kann er nicht Snuttkasten das ist echt ich komm mir echt vor wie ein Snuttkasten mit den beiden du brauchst in der Version ein Relay für die Kabel ok was ist ein Relay zum Zwischenschalten müsstest du eigentlich kennen oder ein Relay ein Relay alter ein Relay meinst du Relay oder meinst du was anderes es heißt Leviosa schnauze man so klang ich gar nicht das war einfach so vertreffend nein das stimmt gar nicht so klinge ich nicht Leviosa Ron Leviosa es heißt Leviosa nicht Leviosa die Schnauze halt gerade bei die Schnauze ich hasse euch des Todes hasse ich euch Leviosa Leviosa nein ich hab denen die Schokolade vom Bett aufgesammelt ist jetzt genug Leviosa guck mal ist mein mein Kaktus Tower nicht schon cool geworden Katze hat den Inscriber gar nicht gefunden ich hab den gecraftet Katze hat gar nichts gefunden hat sich helfen lassen ja nein auch kein Clip Leviosa das ist super genau so wollte ich die da montieren genau so sollte die hier montiert sein das ist jeder der das anders macht der macht das falsch so gehört das Ding montiert das gehört so was wolltest in der Welt hast du gemacht ich hab das ich hab das die Windbühne so gemacht dass die nicht drehen kann ja dreh dich los Schlampe danke hallo hat angefangen sich zu drehen was kann ich dafür ach ja stimmt B U geht ja nicht U ist ja kaputt soll ich für dich U drücken naja mein Bucket auch so gefunden äh gefunden U der war mal so gar nicht lustig ähm ich brauche jetzt noch was und zwar ein U ein wie heißt der denn wer heißt der scheiß Richter auf Englisch hoppa danke gerne du Penner hast all das ganze Eisen was ich geschmolzen habe verbraucht boah ich hasse dich so sehr ich wusste schon warum ich die 40 nicht ins ME tun wollte hab ich nicht ja wo sind die 40 Eisen denn hin Miri macht nix mit Eisen ich hab sie gegessen Katze man ich bin Catman das für deine beschissene Windmühle ehrlich hasse dich ich hab nicht mehr genug um zwei Trichter zu basteln du Mofa alter boah jetzt bin ich auch noch Mofa nenn mich bloß nicht Mofa Mofa nee das wäre anders das ist Reh wie seinen Hund und jetzt hab ich keine Pickaxe ja ich dreh am Rad ehrlich am Eumel dreh ich hier ich hab ne Pickaxe ich nicht cool ist ne Pickaxe ein U drin nein ja super das Ding bleibt nicht in der Luft okay wir machen jetzt einfach eine Stein Pickaxe mit euch gerade so ich hab schon wieder aus Versehntung eingesammelt Miri hatte Eisenmangel ja ich denke nicht dass Miri Eisenmangel hat ich hab das dann ich hab dran gelutscht oder so wegen der rein veganen Ernährung hatte Miri Eisenmangel ja oh man so wir testen ob das klappt klappt natürlich nicht äh wie stellt man aber bei einem Trichter ein in welche Richtung das blöde Rohr zeigen muss wie einstellen du musst das halt so setzen dass es passt ja wollte das aber nicht hat sich so nicht gesetzt mein ich oh wow du behindertes Ding falsch rum so ist richtig ein Blaulicht und zwei Katzen im Snudkasten ja ja ein Blaulicht wow wow war der gut Miri 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 Blui Miri Blui Miri Blui Katze Miri 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 Lülalü so Freunde jetzt also ich sehe schon Kakteen werden schon ganz ordentlich produziert guck mal ob das hier so funktioniert nein das ist ein zu weit ein Schuh weit oh nein das fließt doch in die Ecken das ist scheiße das ist nix gut hier warum läuft das denn in die Ecken das war die Strafe dafür so wie lang ich gerade brauche dieses eine Ding zu verkabeln ist der Hammer Katze wie verhinder ich denn dass das scheiß Wasser da aber dann muss ich es anders machen ich bin Balui wir versuchen das jetzt mal wenn man das hier in die Ecken setzt ob das dann besser lübt dann muss das alles weg die überhitzten drei ja auch sehr schön ja ja guck mal so läuft es doch gleich gleich um ein vielfaches geiler endlich was los läuft endlich Strom da wo er hinlaufen soll teilweise teilweise na gut dann finde ich das auch teilweise gut was ist wenn wir das an der Stelle da oben hier unten hinsetzen fließt dann eins weiter nein aber unten sieht es schöner aus also setzen wir es unten hin so guck mal so ich weiß nicht wie viel Energie das Ding jetzt produziert aber es funktioniert so wie es aussieht so und jetzt macht es plupp yes alter er füllt das Ding obwohl das hier nicht runter geht er macht schon extrem Strom dieses eine Wind Ding Wind Ding so jetzt kann ich endlich Wind das Wind Ding das Mädchen die Katze und Baloui denken sie wären gut das Mädchen hat einen Namen oh ich hab Dung eingesammelt ja es heißt Baloui kann man den Dung nicht verwenden stimmt kann man Dung verwenden Alter warum kommt die so traurige Musik ich weiß mal ein bisschen das ist zu gute Musik ja das wird sich sehr traurig ich schneide du nix das finde ich gut da 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 na 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 мотри 46 glaskaupel denken wir da leider an dasselbe Lied das nicht so nett ist oder wie das ist im Wagen vor mir fährt ein junges Mädchen ok ich hab die Parodie davon im Kopf kenne da keine Parodie von ach ich schon ich habe doch eingesammelt miri wir müssen über dein tun problem reden hier ist übrigens die defend rüber du ich schmeiße die mal zu hier dass er sich dabei immer selber so feiern muss dann verstehe ich so null funktioniert eigentlich schon die ansteuerung von dem me system an einen ofen ich würde gern glas bestellen bestimmt noch drei stacks oder so oder vier wir sagen vier für das ding schick was ich gebaut habe oder leute kann aber gerne in kommentare schreiben und in chat egal alter diese windmüll was die für ein ding ballert hier die war bestimmt auch teuer und hat mein ganzes eisen verbraucht überhaupt nicht überhaupt nicht toller das hat aber gekostet kein eisen was hat die gekostet kopper ja und das glaubst du ist jetzt billiger ja weil ich das alles aus dungeons rausgeholt habe wir haben noch nicht einmal kuffer geschmolzen ich habe wohl schon mal kuffer geschmolzen ja jetzt nicht mehr hans paul mann hans paul hans paul wie alt seid ihr alle walu ist 80 ich bin 90 und miri ist eine katze ja war louis katze ja mir war louis katze ich bin bei louis hi blauli ouch man das ding war so viel glas in die ecken stein dann wäre es schön in welcher ecken dennis hier in hier noch zusätzlich nein das ist doch scheiße und da die beiden sollen als glas als stein ist auch kacke wir können hier hinten höchstens stein hochziehen das das gebe ich dir recht das hermische schöner aus laulie 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 bei louis hä woher hast du schnell so viel glas blaulie 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 danke aber woher blaulie blaulie oh jetzt sag mir woher man wieder runterfallen weil kam bei louis in den raum und meint heute brinke ich dich zum ausrasten ich bin voller nerflaune ich mach dreimal blaulie und glas bitte findest du auch wenn ich das jetzt hier in die ecken wir haben einen alloy smelter du baumi ja und das bedeutet mit dem kapaziteil der da drin ist brennt er innerhalb von drei sekunden drei glas hallo asse mob ich bin bei louis wusstest du bestimmt noch nicht bei louis läuft nicht schick aber effektiv ja ist okay dann kann ich leben ich bin mehr so ein effektiv tiefstyp und nicht so einer der schön baut kann ich das durchschneiden da stört mich irgendwie das kabel hier welches mach mal bitte das kabel hier nee das ist unsere hauptstromquelle momentan mach mal bitte das kabel weg ich finde das auch hässlich das ist so das was unser me system am laufen wie dumm das einfach aussieht dieses beenderte kabel da oben wir haben aber ein kabel am besten finde ich dass es an einem fliegenden block hängt das kannst du das immer so und logisch baut das so real ist mir geht es um realität was bei minecraft angeht ja kennt ihr das findet ihr nicht auch dass bei minecraft die realität fehlt wenn man dann zombie tötet dann explodiert der kopf gar nicht ich glaube das sollte lustig sein aber ich verstehe nun morgen mir möchtest du ein neues samen kaufen wirklich ja aber ich weiß nicht welche praktischste haben wir schafe dann kann ich das schaf jetzt schwarz färben ich habe mir kaufte was feines ein wolf wenn du meinst du brauchst ein wolf kauft ja ein wolf von sein her mach am besten auch noch einen ring ins glas aus dem stein immer da wo die anderen steine sind wo das nass natt draufsteht ja das könnte man durchaus machen eine gut eins gute idee also hier auf der ebene das was wir am meisten haben momentan ist hin glaube ich will dann auch hier unten ja und hinten wo hast du denn das ganze powder und sowas hin alles wieder da ok ja da wo sie gehört da wo die transfernot ok oder die tausendmal weite base die zehntausend millionen blöcke weg war ich bin balui balui bin ich ich bin balui und du nicht ja ich habe gerade text geschrieben aber er war so richtig haben aber echt krass ja dankeschön dass das meine mutter hat mich gerade an meine mutter hat mich gerade angerufen da war wirklich krass ja ich glaube du verarschst mich aber dankeschön meine mama spendet mir wenigstens geld ja läuft hier peinlich wieso ist das denn peinlich weißt du wie alt ich bin ich bin 33 ja tschuldigung was ist das für ein argument das peinlich weil ich 33 bin ja richtig wenn du jetzt wenn du jetzt auf der straße durch die gegend laufen würdest und dich einkacken würdest okay das lasse ich gelten als das finde ich peinlich ja aber da gibt es dann auch bestimmt abgeschwächte sachen und so weiter aber so wie du jetzt gerade auftritt so nach dem motto hii bims balui ja ich bin bauer du bist ein bauer okay glaube meine mutter macht das nur um film abzukriegen aus welcher pflanze bekomme ich den tofu soja bohne soja bohne soja bohne soja bohne soja bohne soja bohne soja gibt es nicht herrn tofu bekommst du aus silken tofu und silken tofu bekommst du aus soy beans so y achso ich wusste das natürlich war fast richtig dann habe ich die pflanze ja schon wie du hast sie schon soll beans habe ich schon hast du schon hat sie schon also schon bei louis bekommt noch taschengeld die ist so genau das ich fände das so geil wenn ich taschengeld kriegen so meine mutter alle fünf tage 33 plus 60 gleich bei louis alter ich bin mir nicht sicher ob das stimmt wer hat ja niemand gesagt so nicht kleckern aber klar sind aber wie mache ich da raus du musst eine presse bauen das ist also kein drama wir haben sie in der presse stehen wir haben soja bohne wenn du mir eine presse direkt vor dir das ist besser und was man tun warten reinlegen warten ich hasse warten ich hasse war liebe miri mir die ungeduldige miese katze miese katze miese miese katze ja vorschlag für projekt namens zwei katzen und ein fetter rollmops und sandkasten so fett bin ich hallo der meinte auch mich warum fühlst du dich denn bei sowas angesprochen blauli ist dünner als ich naja aber nicht viel ich wiege weniger weit mehr als du mich weniger siehst du du sagst sogar hast du leichter ich wiege mehr als du blauli screenshot oh it didn't happen von was von einer von einer personenwagen screenshot machen weil louis stinkt das projekt ja das liegt aber hauptsächlich an den leuten mit denen spielen muss ja du ich stinke nicht ja heute vielleicht ein bisschen war warm heute kann ich auch nichts für später gibt es übrigens lasagne bei mir für die leute die jetzt gerade wissen wollen was es bei mir später gibt da gibt es also bei mir ach ja und ja ich esse auch lasagne um nachts um 0 uhr gibt nicht niemals eine unpassende zeit für lasagne glaubt mir doch nur außerdem blauli wir sind ich denke wir sind flauschig stimme sie nicht sind wir sind flauschig tipp mir wenn du mir auch flauschig ja juhu lali ist hieslig und katze ist schön ja zuri deine einschätzung möchte ich mal mich bin bei louis weit attraktiver ist mich nicht mich ich mich nicht aber ist okay miri muss ja nur mit mir leben king of shadow hat ein euro da gelassen und die überweisen zugeschrieben aber bezahlt aber nichts dazu geschrieben ist das traurig aber dankeschön für deine unterstützung danke für den euro vielen lieben dank nächstes mal schreibst aber auch noch einen lieben text okay dankeschön ja ich mag das wenn die leute schon was spenden dann kann man auch was was schönes schreiben ich bin miri ja das ist jetzt nicht so schön aber ich bin miri schreibt ich bin miri zu eurer spende macht gar keinen sinn das wisst ihr beiden auch ne das wisst ihr beiden auch doch mir ist einfach an da habe ich schon lange aufgegeben den sinn in manchen kommentaren zu finden doch 1 miri von sinn hat er ein miri im sinn okay verdammte axt ich habe einfach hier keine möglichkeit kann ich habe zuerst einen angel ring für mich angel ring alle sagen wir sollen bitte mehr loot chests nehmen weil da wären immer könnten angel rings drin sein das wäre was feines ne so ein angel ring wäre was schönes auch wenn wir gp brauchen damit er funktioniert bitte der braucht neuerdings gp ja warum hat man denn jetzt nicht überlegt dass man überall verkacktes strom verbraucht sogar für den engels ring welcher hätte ich gedacht auch geben wir jetzt mal so ein engels ring ja von einer gottheit da sagen wir mal dass der strom braucht na gut kann es dämonen flügel nehmen aber engels ring von der gottheit angel engel irgendwas was ich da nicht ganz dran verstanden habe also immer wow merke er jetzt erst dass items auf youtube und twitch streamt ja katze cheated ich habe schoko toast gemacht schoko toast was gibt es denn hier alles zu essen alter das ist toast ich bin mir jetzt gut dass ihr bei euch so blind versteht an der region sein wie er kommt ich schon damit gerade sage dass alle schwabe dumm fressen so sparsam wie ihr seid könnte ich mir das durchaus vorstellen ja der gute dung muss ja auch aufs feld ja miri könnt das einfach dafür benutzen ihre nahrungs output zu erhöhen und wie ihre nahrung so drücken wir drücken mal u drauf nehmen das ding in die hand man kann damit nichts machen man kann sachen damit einfärben ja mach schokolade braune braune schuhe ich will ich dann aber nicht mehr an das ist mir egal wow da ist eine spende reingekommen king auf stelle hat ein oder ach der schon wieder ja sorry bei louis habe ich vergessen du bist der beste dankeschön der beste nachkatze dank also erst danke dann nee doch nicht mehr danke aber vielen dank für deine eine unterstützung als zweitplatzierter weißt du das problem ist zweitplatziert ich meine wer erinnert sich noch mal wer als zweites auf dem mond war er weiß das nicht mehr so genau weiß auch nicht wer der heißt ja gut dass das hier an ort schwarzenegger weiß aber klar logisch ich dachte das wäre trump gewesen echt und miss dann hat meine geschichtsbücher rein scheint nicht richtig die hast du selber kaputt gemacht ja oh man weißt du du wirst katze niemals vergessen aber mich der ja nur zweiter war danke für den dung nie in erinnerung behalten das ist sehr traurig miri danke sehr für den dung also freut mich immer sehr wenn du da an mich denkt ja natürlich andere leute würden sagen scheiße ich sage dumm gewinnzeit ist hosting you vor 111 uhr hallo revie danke für deinen host hat er gestreamt nein einer der davor in der liste stand offline gegangen ist gerade geil hallo ihr ganz zuschauer willkommen bei bei unfähige in der snat wüste ich bin im übrigen bei louis wer mich noch nicht kennt aber ich denke ich kenne mich alle ich habe noch was in meinem glas du hast noch was in deinem glas so guckt mal leute ist das nicht nahe dafür glas mist glas hat er gerade ein skelett auf dich geschossen ja und es hat es ist ein arsch skelett weil es dunkel macht es ist ein arsch skelett okay blaulie brauchst du noch glas gerade nett gerade nicht gerade diese stufe sieht ein bisschen dumm aus ne aber wenn wir das helft der helft machen ist ja okay so ich wollte den eigentlich rüber leiten zu dir und dich dann von dem umbringen lassen so gefühlt ich mache ihm die luke auf und er schafft es trotzdem nicht drüber was für ein opfer alter what the fuck ich mache ihm die scheiß luke auf und er rennt durch ich fühle mich gerade voll gemobbt von einem asse mob so freunde so meine meine ich würde sagen hey wir haben hier was was neues für uns ich habe ziemlich cool der tower sieht schon mal richtig richtig cool aus oder jetzt mal ehrlich ohne leute oder sagt mal ist der schön geworden der art tower für miri miri den widme ich dir weil ich dich lieb habe der sieht wirklich gut aus blaulie und ich habe auch was gemacht guck mal schade dass jetzt kein dunkel mit dem vetar habe sonst hätte ich den netz daneben geworfen den habe ich gemacht richtig oh man hab den auch falls du den brauchst nehm den gerne mal in die offhand hier lauf die ganze Zeit mit dunkel in der hand rum kannst mein gewächshaus schöner machen mit dunkel mache ich kein problem also ich bin der Meinung du kannst das auch alleine ja ich bin dein gewächshaus gibt es hier carpet diese schrägen dinger kannst du carpenters blog meinst du carpet ist teppich ja miri könnte doch teppich bei sich einfach aufs dach machen dann ist er auch schöner mit dein ins gewächshaus ins gewächshaus ins gewächshaus oh wir haben eine quest geschafft schon wieder eine kuh gekriegt ne nur geupdatet ja das ist meistens wenn wir eine kuh gekriegt haben ne wir haben keine bekommen die quest wurde geupdatet von der kuh ja achso so freunde findet ihr das hier cool oder findet ihr das hier nicht cool was ich gebraucht hab aber theoretisch hätten wir da noch ein paar mehr etagen draufsetzen können ne also so das wird jetzt wahrscheinlich noch nicht so minderschwell erde produzieren irgendwas hat mich eingegriffen eingegriffen na scheiße das ist einfach viel zu lahm noch da muss noch viel mehr drauf da muss ich bestimmt noch 5 etagen draufsetzen steine hab ich snut hab ich noch snut hab ich noch 6 wir können noch 3 etagen machen ok wir machen noch 3 etagen drauf ok snut hab ich dann da hab ich 3 etagen genau und dann brauchen wir noch 18 15 plus das sind 18 sehr schön dann machen wir da jetzt noch eine etage katsche ich brauche noch ein bisschen glas im system hörst du wohl auf hühner da in das ding rein zu werfen tu die eier hin was weiß ich woanders hin ich hab so viele ich hab so viele so viele eier ja dann mach doch was sinnvolles daraus ja ich werf sie durch die gegend ist das sinnvoll nein eher nicht ich bin schon siehst du sie ist sinnvoll wenn die katze sagt ist doch egal nein sie sind in mein gewächshaus gelaufen wir reden nicht drüber ich hab ne kuh bekommen hat jemand von euch auch ne kuh bekommen spiel alter nein diesmal nicht nee noch nicht so fruit salad macht ja richtig die power hier naja da gibt's richtig gutes zeug aber man hat irgendwie gefühlt alle fünf sekunden hunger ist ganz schön anstrengend immer dies essen ja sag mal wieso haben wir eigentlich schon wieder 22 uhr was soll denn das ist doch nicht fair am vergehen immer so schnell kannst du miri sagen dass ich heute einen nach tara gefangen habe chill noch hat heute einen nach tara gefangen cool ich hoffe du hast es miri genannt ja genau so jetzt hab ich natürlich den Mist gemacht dass ich hier oben schon das drauf gesetzt hab acht kostet das ganze alter what the fuck was kost acht äh die ganzen patterns die ich gerade machen muss ach so acht material kost und sowas ist ja nix ach ja okay also was haben wir denn jetzt hier insgesamt obsidian drin obsidian haben wir nur drei blocks drin ja so ernsthaft wenn ich habe schon viel obsidian gesammelt ich möchte wissen wie viel das jetzt kostet zwei wirklich acht blocks dafür nein ein block dafür jetzt das hat funktioniert wir haben immer noch einen block übrig oh du hast miri hat kuchen gemacht hätte ich dich heute erwartet hätte ich kuchen da ich habe ihn hingestellt cool dankeschön schön ich habe heute einen feurige gefangen und es malui genannt ja das ist auch cool und wer hat einen mauzi gefangen und es katze genannt niemand nein die mag nämlich auch keiner ja ähm ja ähm ja äh ich wollte nicht sand ich wollte es nett der penner hat mir hier Sand hingelegt wenn man Sand nicht brauchen kann das ist voll geil dieser Tipp mit diesem Snad ne was das ist doppelt wächst ja ja also doppelt ja das hat mein Mitarbeiter uns gesagt im Übrigen echt habe ich nicht mitgekriegt hast du nicht gesagt damals nein ne überhaupt nicht dass das von ihm kam nein wirklich nicht hast du nicht gesagt ich habe es in der Folge später mal erzählt echt ja dass unser Mitarbeiter unser größter Fan ist mhm immer muss ich mir am nächsten sagen oh war Louis Baudemann eine Schleimwurstung das erzählt er mir ja Mafia Addict äh schön ich merke mir den Namen auf jeden Fall dann wissen wir auf jeden Fall mal welche Seite ich auf Lebenszeit meiden werde was ist passiert? so kackendreiß Werbung für eine eigene Sache zu machen da gehört echt wenig Kreativität dazu mate also riesige Props an dich und deine Organisation es scheint unglaublich professionell zu sein okay ich will jetzt nicht wissen was passiert ist ich liebe es das war jetzt auch nicht Werbung meine Mobfarm funktioniert nicht oh doch da ist ein Mob drin stimmt die Minimab sagt das ist ein Mob drin krass alter aber ich habe die schon immer so gebaut dass die von alleine runter rennen und alle schreiben in die Kommentare ja aber ganz kurz hast du die immer hast du die immer so gebaut in Aquarian Skies oder nicht? ja genau so das ist der einzige Unterschied ja aber diese Welt ist es doch jetzt Tag ja und trotz alledem existiert ein Spawn Radius mit anderen möglichen Mobs um uns herum ja aber wo? und wir haben die Tiere hier es existiert hier ein riesiger Spawn Radius der möglich ist der wird immer abgecheckt ach so ja da müssen wir dieses Cursed Boden das Boden ok der der dafür sorgt das Mobs bohren du blöd Mann ok das habe ich schon wieder nicht gesetzt blödes Spiel manchmal ehrlich nein 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 was passiert? ich bin wieder ganz unten also nichts witziger doch diese blöden Schleimstiefel sind nicht immer gut vor allem nicht wenn man strukturiert arbeiten ich bin schon wieder runtergefallen wenn man strukturierend arbeiten ich bin schon wieder runtergefallen Miri ja einer meiner Mobs ist gerade auf eine Information gestoßen die für uns vielleicht relevant wäre meint Baloui ist unfähig sicher? ja also er meint ja krass ist ja da echt ein bisschen blemblem im Kopf also so mehr als als sonst eher nicht so ne fuck jetzt können wir keinen Stein mehr hinsetzen oh man meine Art strukturiert hier zu arbeiten funktioniert nicht irgendwer hat da eine Schieferung gemacht ganz schön viele Katze was machst du? Katze baut sich Werkzeug würde ich sagen ich hab gerade einen Hammer gemacht wie Ripstream der Stream ist ganz normal da und ich hab nicht einen einzigen verworfen ins Frame also nix Ripstream Alter mein Hammer macht mehr Schaden als meine Bratpfanne aber hat auch nur 0,8er Angriff ja Hammer du bist Hammer siehst du Miri lacht nämlich über meine Witze doch die einzige denen Reichweite dann nach Faust ist was würdest du mir damit sagen dass ich meine Freundin schlage? jetzt mal ganz vorsichtig aber dass ich nicht schlagen würde dass ich nicht schlagen würde genau dass ich nicht lachen würde wenn ich nicht dafür geschlagen werden würde vielleicht hat die auch Angst das ist nicht nett was du jetzt gesagt hast ja das war nicht nett nein das war gar nicht nett das nimmst du zurück ok ist zurückgenommen ok machen wir wann anders weil da ja wir brauchen trotzdem immer noch einen weiteren Enderpearly wofür brauchst du nur einen weiteren Enderpearly? na für eine Sache die ich gerade bauen möchte will ich es wissen nein gut eigentlich nur gut für mich nicht für dich ich finde wir sollten ein Snud-Lied schreiben 2, 3 So, jetzt bauen wir das nämlich direkt mal schlauer als vorhin Wie Twitch ist down Wie Twitch ist down, Leute Wüsste ich jetzt nicht Nein Das ist nicht fair Ich habe noch 90 Zuschauer steht da, ihr dürft nicht alle jetzt weg sein Nein Und alle wahrscheinlich, nein Nach Drachi Drachi? Ach, der Drachi Nicht mal sie, Drachi Nein Bei mir geht alles Ja, siehst du, nicht mal allen ist Twitch down Einfach F5 drücken, geht wieder alles Bestimmt Bestimmt nicht, aber Wir geben die Hoffnung mal nicht auf Kaktus, Katze User disconnected from your channel Das war Drachi Ich wollte gerade sagen, es ist Katze gegangen in dem Moment, wo sie Kaktus, Katze gesagt hat Kaktus, Katze und weg Flieg, Katze, flieg Bis zur Unendlichkeit Und noch viel, viel weiter Oh ja, noch viel weiter als bis zur Unendlichkeit Das ist immer toll Wo kommt das eigentlich nochmal her? Äh, Toy Story, was leid ihr? Ah ja, stimmt Stimmt, wusste ich Ja Lässt du da hinten War ein Test Ja Leider hat mir Nicht bestanden Wie Miri Ja, du hättest ja einfach mir helfen können Anstelle zu sagen Bin mir nicht sicher, ob die das so gesagt hatte Ich glaube, sie hat so Ich hatte gesagt Bei Trimax und Co sind auch die Streams abgekackt Aber keine Leute Sorge Keine Leute Sorge Deutsch, nix gut Könnt ihr mal schlafen gehen, bitte? Äh, leider ich nicht, nein Warum nicht? Wo bist du denn schon wieder? Meteor Oh, im Ernst? Ja, es fehlt immer noch eine Presse Und irgendwann wird wieder bei Louis dran stehen Und meinen Wo ist die Presse? Warum hast du die noch nicht geholt? Nein, sowas meine ich Nein Das klingt so gar nicht nach mir Ne Leviosa So hab ich gar nicht geredet Nein, Ron So hab ich nicht geredet Gar nicht Ich hab das gar nicht so gesagt Ich kann nicht auf die Sub-Items zugreifen, Mau Hä? Du kannst doch auf die Sub-Items zugreifen Ich hab da ein Problem Ich hab kein Glas mehr Ich hab noch zwei Glas Zwei Verdammt Das Problem ist Wenn ich jetzt runterspringen Komme ich nicht mehr hoch Ich will gerade mit der Bratpfanne Sachen abbauen Ich bin gut Ach Ich hasse es Ich gebe jetzt Zwitsch wieder auf zu Katze Ja, geht ruhig Geht zu Katze Der spielt das gleiche Verdammt Könnte aber auch zu Blaude gehen Katze, aber ich glaube Ich glaube, ich mach jetzt langsam Schluss Ich glaube, wir machen alle langsam Schluss Weil es ist 10 Uhr Und ich muss eigentlich noch Zwei Videos Drei Videos schneiden Aufnehmen zum Glück nicht mehr Aber schneiden Und dann Bis wann haben wir eigentlich noch Stranded? Bis morgen Gut Bis morgen Also morgen müssten wir nochmal aufnehmen Ja Warum stehen dir eigentlich 100 Fackeln auf einem Haufen? Das fragen wir mal die Katze Das war Katze Das war Katze Weil das doof ist Weil es Spaß macht Weil es Spaß macht Allein das F7 drücken, sonst kannst du hier Ärger kriegen Was? Drück mal F7 Hier können halt über Monster spawnen Wo diese Xe sind Ja Und da musst du Fackeln stellen Damit die nicht mehr spawnen können Und deswegen stehen hier ganz viele auf einem Haufen oder? Ja, weil Katze Eine faule Katze war Ich bin keine faule Katze Katze alleine reicht Eine dumme Katze Nein Die schön fackeln Dein Ernst? Oh Da, ich hab dir eine wieder hingestellt Hast du Erde für mich? Äh Nein Ich hab deine Du kannst jetzt hier Kakteen holen Und daraus Erde machen Hunger auf Döner Dankeschön für deinen Fischi Unter euch ist eine Ravine Deshalb spawnt nichts Okay Also Ein Rewis unter uns Oh nein Eine Rewine Ich weiß jetzt auch nicht Was er genau meint Eine Rewine Kennt du doch Ist Rewi Mit V Ein Rewine Und Madcrime Dankeschön für deine 20 Fischis Sorry, dass ich nicht auf der Gamescom war Aber Samstag über die A4 war der Horror Also dann halt auf diesem Wege Madcrime, Dankeschön für deine Unterstützung Und überhaupt gar kein Problem Es gibt nächste Veranstaltung Wo man sich sieht Und ja Dementsprechend Aber Dankeschön für deine Unterstützung Ja Leute Aber wir machen jetzt Schluss Da der Stream ja eh abgekackt ist Richtig Tut mir sehr leid für alle Die jetzt halt das Ende nicht mitkriegen Ähm Ja War schön der Stream Ist ja trotzdem hochgeladen Richtig Und Genau Der ist halt hochgeladen Wir hoffen euch hat das Ganze gefallen Und Katze auch Und so Und ähm Der Kuchen war lecker Nein Du hast den ganzen Kuchen gegessen Ich hatte Hunger Ich hase dich Aua Also wir beenden den Stream Und äh Also ich zumindest Macht gut Ja Und bleibt schön feurig Und so ne Tschüss 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 Tschüss